Wieso grinst der Esel so debil? Keine Ahnung. Und das kleine Baby hat schon alle Zähne. Ich hab letzte Woche vier Stück verkauft, so gut bin ich. Oh, das ist ein Technostall-Ensemble. Ja, das ist eine Disco-Kippe. Ist das ernährungstechnisch eine gute Wahl? Oh Gott, fang du nicht auch noch an. Wo bist du? Schau nach oben. Hallo. Ich meine, nach allem, was du so durchgemacht hast, solltest du gar nicht lieber Quinoa essen oder Kohle oder sowas? Ja, aber dieser zugegebenermaßen widerliche Burger gehört nun mal zu meinem Plan. Ich werde eine berühmte Sängerin, nur um dann, wie Kurt Cobain, Amy Winehouse und viele andere im Alter von 27 Jahren zu sterben. Und wie alt bist du? 45. Oh, schön, wenn man Träume hat. War gelogen, 26. Dann hast du noch Zeit. Was für ein Glück. Los, komm mit. Weg damit. Gehen wir. Ich hab eine Überraschung für dich. Oh, echt jetzt. Oh, lecker. Ich hab einfach einen Knall. Ich bin zu vertrauensselig. Ich lade schon wieder mit einem völlig Fremden durch eine dunkle Gasse. Ich hab keine Ahnung, wo... Wo ist die Rüge? Ich meine, da geht's wo. Oh, ho, ho. Na gut. Hilfe, gefällig? Nein. Scheiße. Oh. Oh mein Gott. Das hat weh, ne? Ja, aber es geht schon. Es geht schon. Genau so sieht's aus. Das war sehr elegant. Leck mich doch. Klar, ich wollte sowieso nie Kinder. Oh. Okay. Jetzt bin ich doch neugierig. Wie willst du meine Leiche loswerden? Sei leise. Ich bin doch leise. Nicht weiter. Sind wir jetzt im Kindergarten, oder was? Sei bitte nicht so unfreundlich. Denn das, was jetzt kommt, ist wirklich romantisch. Gefällt's dir? Ja, sehr. Dann los. Tschüss. These are the days of the open hand. They will not be the last. Look around now. These are the days of the bearers and the changers. This is the year of the hungry man. Whose place is in the best. Hand in hand. Within the roots. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017